DJI Pocket, DJI Pocket 2, DJI Pocket 3, wenn euch ein Vergleichsvideo interessiert, wenn euch die Revolution, Evolution der Pockets interessiert, wenn euch Beispielmaterial interessiert im Vergleich der Pockets miteinander im Lowlight und im normalen Lichtbereich, wenn euch mein Fazit, meine Erfahrungen mit den drei Geräten interessieren, dann schaut euch das Video an. Ich glaube, es lohnt sich. Mir hat das tierisch Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das Video. So, Ton läuft, Kamera läuft, Setup ist soweit okay und ich würde sagen, somit bang. Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, hallo zu einem neuen Video. Ein Video, das ich schon etwas länger geplant habe und schon eigentlich, nachdem der DJI Pocket 3 rauskam, geplant hatte, aber es nicht mehr geschafft habe, in Deutschland zu produzieren. somit habe ich das halt, ja, auf die USA hier verschoben, hier in Washington und ich bin jetzt mal von meinem Zimmer runter in den Living Room gegangen, in den Aufenthaltsbereich sozusagen, in den Wohnbereich und habe hier mal ein Setup aufgebaut und hoffe, dass ihr damit einigermaßen zufrieden seid. Es halt hoffentlich nicht so sehr und Licht habe ich ja auch so ein bisschen was und ihr seht vielleicht auch noch ein bisschen was von meinem, von unserem Garten da drüben. Fangen wir mal 2018 an. Ende 2018 kam der erste Pocket, der DJI Pocket auf den Markt. Hier stehen sie übrigens alle drei. DJI Pocket, DJI Pocket 2, DJI Pocket 3 und es geht heute darum, mal so ein bisschen die Evolution, Revolution des Pockets zu beleuchten und auch die drei zu vergleichen, auch mit Videobeispielen, aber dazu kommen wir später. Naja, Ende 2018 kam der DJI Pocket raus auf den Markt und war im Grunde genommen eine neue Kamerakategorie. Es gab zwar Gimbals und Kameras, es gab auch schon mal den einen oder anderen Gimbal-Kamera, aber noch keiner hat das so gut gemacht wie der Pocket 1 und auch in dieser Qualität und dieser Kompaktheit. Ich kann mich noch an mein erstes Video in Andernach am Rhein erinnern, wo ich auch sozusagen wie immer out of the box das Teil benutzt habe. Ich habe es mir gekauft damals, beziehungsweise ich habe mir alle drei Pockets gekauft. Bis jetzt habe ich noch keinen gesponsert bekommen. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber warten wir mal ab. Vielleicht tut sich da ja in der Zukunft was. Und wie gesagt, ich habe das Ding geliebt und gehasst. Es war einfach eine Kamera, die anders war, die stabile Aufnahmen für den Vlogger, für den Ein-Mann-Creator gemacht hat, aber die natürlich auch echt, echt viele Sachen hatte, die noch nicht so perfekt waren. Also da zum Beispiel der Field of View war viel zu nah dran. Dann der Akku. Akku, immer ein Thema bei der kleinen Kamera. Erstens, dass er intern verbaut ist. Und zweitens war er sehr, sehr schnell, bei 4K60 besonders, war er sehr, sehr schnell leer. Da konnte man sich noch behelfen mit der Powerbank. Aber beim Mikro war es dann schon schwieriger. Da gab es dann erst mal keine Adapter. Dann gab es irgendwann einen Adapter von DJI, der 50 Euro gekostet hat. Und es war schwierig. Und am Anfang gab es zum Beispiel gar keine Möglichkeit, das Teil auf dem Stativ zu stellen, weil hier unten drunter einfach nichts war. Und es gab auch kein Zubehör dafür, weil es halt eine neue Kameraproduktkategorie war. Und ich habe mir dann selbst was gebastelt. Auch darüber habe ich ein Video gemacht mit so einer Mikrofonglemme, kann ich mich noch dran erinnern. Und um das Ding irgendwo auf ein Stativ oder auf irgendwas zu packen oder auf ein Selfiestick oder so. Ja, dann mussten wir wieder fast drei Jahre warten, bis der Pocket 2 auf den Markt kam. Und da gab es dann schon die Creator-Kombi. Und Creator-Kombi sagt schon einiges aus. Denn dieser Pocket 2, der jetzt eigentlich gar nicht viel größer ist wie der Pocket 1, ein kleines bisschen, der hat natürlich noch eine gewisse Länge gehabt, wenn man unten das Modul dran gepackt hat. Ihr könnt das hier mal sehen, so ungefähr. Und dann war es aber möglich, mit der Creator-Kombo wurde ein Mikrofon geliefert, das sich automatisch mit dem Pocket 2 verbunden hat. Und somit war er mein YouTube-Studio für die Tasche. Ich kann mich noch ans erste Video erinnern, auch wieder out of the box. Da war ich mit der Irish Lady, bin ich um den Schwanenteich gelaufen, hatte auch den Pocket 1 dabei und den Pocket 2. Und das war dann schon genial. Mit dem Mikrofon konnte man sich von weit aufnehmen, man konnte sich verfolgen lassen und so weiter und so fort. Und das war ja mein YouTube-Studio für die Tasche, sei es bei Drohnenvideos oder auch noch in meiner Zeit in New York. Einfach mal aus der Tasche raus so einen New York-Vlog gemacht, mit einer verhältnismäßig sehr guten Qualität, die keinem aktuellen Smartphone entgegenstand. Und der Vorteil dieser Gimbals ist ja ganz klar, die haben eine analoge Stabilisierung. Aber es gibt natürlich auch Nachteile gegenüber Action-Camps oder Smartphones. Aber das soll ein anderes Thema sein, vielleicht auch ein anderes Video. Aber auch da war nicht alles Gold, was glänzt. Der Akku wurde kaum verbessert, also dieselbe, glaube ich, Kapazität, eventuell ein bisschen effizienter. Aber auch da war es wirklich so, dass der Akku ziemlich schnell leer war. Auch da konnte man sich behelfen mit Powerbanks, aber es war immer so eine Krux. Das kleine Display war immer noch klein. Ich meine, das hat die Bauform mit sich gebracht. Und da haben wir uns eigentlich noch nicht überlegen können, wie kann das größer werden. Aber das hat ja dann, da kommen wir gleich dann zu, der Pocket 3 gemacht. Es war ein kleines Display. Allerdings wurden einige Sachen auch verbessert, mal abgesehen von der Konnektivität. Man konnte direkt auch ein USB-Mikrofon anschließen. Man konnte direkt hier unten ein Klinken-Mikrofon anschließen an diesen Bluetooth-Griff. Und der war auch in der Creator-Kombo dabei. Und das Field of View, das zum Vloggen wurde von, ich glaube, 26 Millimeter auf 22 oder 20 Millimeter runtergepackt. Ein perfektes View für, sage ich jetzt mal, zu vloggen. Hat natürlich auch ein paar Nachteile im Cinematischen, aber so als Creator, Creator, Selbstfilmer, war man doch sehr, sehr zufrieden mit dem Teil. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn das Ding kaputt gegangen wäre oder ich hätte es verloren, hätte ich mir am nächsten Tag ein neues gekauft, weil ich es sehr, sehr, sehr oft benutzt. Speziell auch bei, sagen wir mal, nicht so cinematischen Videos, bei Drohnenvideos oder bei Städtevideos, Reisevideos etc. pp. Man ist halt klein unterwegs damit. Ja, und dann mussten wir wieder drei Jahre warten, drei lange Jahre. Und irgendwann schwirrte immer so im Hinterkopf, die Sensoren sind immer ein bisschen größer geworden vom 1er zum 2er. Und da, ja, vielleicht schaffen sie es ja einen 1-Zoll-Sensor. Diesen 1-Zoll-Sensor von der DJI R2S, vielleicht schaffen sie das ja in den Pocket zu packen. Und gesagt, getan, letztes Jahr, Ende des Jahres 2023 erschien der DJI Pocket 3 und mit ein paar Überraschungen, die zwar im Vorfeld geleakt worden sind, aber doch einige wirkliche Überraschungen drin. Also erstmal haben wir unseren 1-Zoll-Sensor gekriegt und zweitens haben wir halt jetzt den großen Screen gekriegt, der halt diesen Drehmechanismus hat hier, um den Pocket einzuschalten und auch wieder auszuschalten. Ich weiß allerdings nicht, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, im Fazit, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war, das werden wir noch rausfinden. Nun, das ist jetzt mein YouTube-Studio to go und man muss ganz ehrlich sagen, ohne jetzt das Fazit vorwegzunehmen, die haben viel richtig gemacht. Den Akku hätten sie da allerdings doch nochmal ein bisschen weiterentwickeln können. Allerdings muss man dazu sagen, gibt es da ja auch Lösungen von DJI selbst, da kommen wir später dann zu. Und um das soll es heute gehen. Wir reden und vergleichen mal die drei Generationen Pockets und ich sage, was noch so mit den einzelnen Pockets überhaupt noch anzustellen ist. Wozu man die noch gebrauchen kann und ob man vielleicht noch einen gebrauchten kaufen sollte. Da machen wir jetzt erstmal einen Cut und kommen dann zu den technischen Daten. Ja, nach dem Cut zurück kommen wir zu den technischen Daten und man den vergleicht, also die groben technischen Daten. Also wir werden jetzt nicht die gesamten Specs-Blätter runterbeten, sondern wir fangen mal mit dem Preis an. Ich glaube der Pocket 1 war so um die 300 Euro zu bekommen, beim Pocket 2 um die 400 und der Pocket 3 um die 500. Und davon reden wir nur von der Kamera. Bei den Creator-Kombos, beziehungsweise bei dem Pocket 1 gab es ja auch so ein Bluetooth-Modul. Kann man dann auch nochmal mindestens 100 Euro immer draufschlagen. Ich glaube sogar eher 120, 130. Mittlerweile ist der Pocket 3 bei 650 in der Creator-Kombo. Dafür kriegt man allerdings auch einiges an Kamera geliefert. Die Sensoren sind auch immer gewachsen. Der erste Sensor hat noch einen 1, 2 Drittel Sensor gehabt. Der Pocket 2 einen 1, 1 Siebtel Sensor und der Pocket 3 einen 1 Zoll Sensor. Und mit dem 1 Zoll Sensor haben wir das erste Mal, obwohl bei dem Pocket 2 habe ich schon gedacht, so ein bisschen Depth of View, so ein bisschen Tiefenunschärfe hatte man da schon ab und zu gehabt. Mit dem Pocket 3 hat man das nun. Und das ist ja das, was sich die Creator oder die Fotografen, Filmemacher immer gewünscht haben, weil die immer gern so ein bisschen einen blurry Background haben. Im Moment hier filme ich gerade mit der Fuji X-H2S, mit einer Blende 2.8 und habe halt so ein bisschen verschwommenen Hintergrund und habe, wie gesagt, bei 1,60 ISO 200 noch einen ND-Filter drauf. Ich denke mal, das sollte aber ganz gut mit der Billichtung hier passen. Dann hatte der Pocket 1 und der Pocket 2, beziehungsweise der Pocket 1 hatte, ne, der Pocket 1 und der Pocket 2 hatten jeweils den gleichen Akku und zwar hatte 875 mA und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Das haben sie aber anscheinend nicht in dieses kleine Gehäuse reingepackt bekommen. Man konnte sich immer behelfen mit der Powerbank, aber es war mühsam. Und der Pocket 3 nun ist auf 1300 mA angestiegen, ist auch ein bisschen größer und dicker geworden, was der Sache aber eigentlich keinen Abbruch tut, denn ich habe immer gesagt, naja, die Pockets können ruhig ein bisschen größer werden, weil sie waren doch schon recht klein in der Hand, wenn man so ein bisschen größere Hände gehabt hat. Beim Field of View hatte der Pocket 1 26 mm. Das war so ein bisschen wie das iPhone, die normale iPhone-Linse und da kannst du halt auch nicht so aus der Hand floggen. Da musst du schon weit weg gehen. Allerdings hattest du natürlich Vorteile dann in den cinematischen Aufnahmen. Wenn du, sage ich jetzt mal, Landschaften oder so gefilmt hast, dann warst du einfach ein bisschen näher dran. Es gab digitale Zoom-Funktionen, die gibt es bei allen drei Pockets, aber da verliert man natürlich immer ein bisschen an Qualität. 100 mBit war der Daten-Durchsatz beim Pocket 1 und beim Pocket 2. Der wurde jetzt auch auf 130 mBit beim Pocket 3 gesteigert und der Pocket 3 kann nun auch 10-Bit Video. Also 10-Bit Video heißt mehr Farbinformationen, mehr Informationen in den Highlights, in den Schatten und in den Lichtern als 8-Bit. Wobei ich immer noch sage, in der Regel reichen 8-Bit für den Otto-Normalverbraucher, selbst für den ambitionierten Amateur vollkommen aus für den normalen Flock. Es kommt immer darauf an, welches Use-Case man hat. So, mal einen kurzen Schluck aus der Tasse. Ja, die Videomodis waren von Anfang an ziemlich beeindruckend. 4K 60 war das Maximum, 4K 60 auch bei dem Pocket 2 und 120 FPS gab es in 1080p. Und da hat der Pocket 3 jetzt auch nachgelegt, er kann jetzt 4K 120 und das ist auch schon wieder eine Geschichte, die wir uns gewünscht haben. Und da ist der Sprung zwischen den Zweien zu dem Pocket 3 doch recht hoch. Im Preis werden wir da nachher nochmal beleuchten, weil wenn man das inflationsbedingt ein bisschen macht, dann ist der Pocket 3 eigentlich nicht teurer geworden. Er ist einfach eine gute Kamera, die halt ihr Geld kostet. Ja, Game Changer wurde aber der Wechsel auf den Pocket 2 und zwar diese Konnektivität, dieses Mikrofon, dieses Mic, das dabei war, was man sich anhängen konnte. Und dann hat sich das automatisch mit dem Pocket 2 verbunden. Da gab es auch schon einen Fortschritt in den Cases, da hat man noch so ein kleines Stativ hier unten dran gehabt. Bei dem ersten Pocket war das Case halt einfach nur für den Pocket zu haben. Und bei dem dritten Pocket haben wir dann auch schon ein bisschen mehr drin. Da muss ja auch ein bisschen rein, da kann man schon Linsen reinpacken und auch das Mikrofon, was mittlerweile das DJI Mic 2 ist, das wirklich richtige DJI Mic 2, was sich per Bluetooth mit dem Pocket verbindet. Und das war der Game Changer bei der ganzen Pocket-Geschichte. Wobei ich mit der Tonqualität des DJI Mic 2 über Bluetooth bei dem Pocket nicht wirklich zufrieden bin. Ich nehme jetzt auch mit meinem Holy Land auf, hier bei der XA2S. Ich glaube, es würde sich verbessern, wenn man das mit dem Lavalier oder mit Kabel verbindet, weil Bluetooth anscheinend da so ein bisschen die Verbindung oder ein bisschen an der Qualität nagt. Ja, das soll mal grob reichen für die Specs. Und jetzt kommen wir zu den versprochenen Videobeispielen. Dafür war ich bei euch unterwegs mit den drei Pockets auf so einem Stativ drauf. Alle drei nebeneinander aufgereiht und ich spiele euch jetzt mal die Videobeispiele von einem Tag ein, wo ich an einem Tag unterwegs war. Da war es bewölkt, so mittleres Licht, bin ich ein bisschen hier die Straße runtergegangen, bei uns unten so ein bisschen um den Block und habe auch ein paar Aufnahmen mit und ohne Mikro gemacht. Und das könnt ihr jetzt mal sehen. So, wir sind im ersten Szenario und zwar ausgestreckter Arm, 4K30, also Gesichtsverfolgung bei allen dreien an. Ich habe die internen Mikrofone, weil es auch mit dem Pocket 1 schwierig ist, ein externes anzuschließen, aber da kommen wir später noch zu. Und ich laufe jetzt mal hier unten ein bisschen abseits der Straße, damit man die Mikrofone vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen kann. Und wie gesagt, ich drehe mich jetzt auch und dann werden wir mal schauen, wie gut das die jeweiligen Gesichtsverfolgungen machen. Also ich weiß natürlich, dass am Ende ein 1 Zoll Sensor besser ist als ein kleinerer. Und im Pocket 1 war ja der kleinste Sensor, dann im Pocket 2 war ein etwas größerer und im Pocket 3 ist ein 1 Zoll Sensor drin. Und ich sehe gerade, ich komme jetzt da vorne zu so einer Bank, so einem Tisch und dann werden wir mal die drei abstellen und gucken, ob sie mich dann noch weiter verfolgen. Also wie gesagt, 4K30 ist halt 4K30 und die Gesichtsverfolgung ist bei dem Pocket 1 und Pocket 2 nur in der unteren Qualitätsstufe, also nicht in der hohen Qualitätsstufe verfügbar. Man sieht aber auch schon, dass der Pocket 1 ein etwas kleineres Sichtfeld hat. So, hier ist ein bisschen Matsch, aber ich denke mal, wenn ich das hier abstelle, so, Moment, ich stelle es mal ab und ich hoffe, dass es geht dann mit dem Ton klar. So, einigermaßen gerade, dann müssten mich die Pockets noch verfolgen. Also wie gesagt, ich spreche jetzt von Weitem und habe keine Mikrofone angeschlossen. Ja, ich laufe mal ein bisschen schneller und man sieht aber schon, wie gesagt, alles auf Auto. Die Belichtung ist auf Auto und die ISO ist auf 1600 begrenzt und da werden wir, ja gut, Lowlight werden wir heute eh nicht testen, wir haben einen bedeckten Tag heute und die drei verfolgen mich so weit ganz gut. Was man halt sieht, ist schon, dass, selbst auf den kleinen Displays, dass die ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, abfallen von der 1er, zur 2er, zur 3er Version. Man könnte jetzt natürlich auch mal, genau, wir drehen die ganze Sache jetzt mal um und schauen uns das dann mal in der besseren Qualität an. So, jetzt ist 4K30 am Start und zwar bei dem Pocket 2 dann auch in der super Feinauflösung. Bei dem Pocket 1 leider nicht möglich und bei dem Pocket 3 sowieso und nicht die Gesichtserkennung ein. Das heißt also, die Kameras schwenken einfach so, wie ich auch gehe. Und immer noch die internen Mikrofone, das werden wir aber gleich ändern. Ich stelle euch aber jetzt mal, also ihr seht schon, wie unterschiedlich die jetzt reagieren hier. Ich stelle euch aber jetzt mal nach vorne und wir gehen einfach mal ganz normaler Gang, 4K30 durch den Wald durch. Wir können auch mal kurz schwenken und dann sieht man vielleicht auch mal ein bisschen so im Himmel die Dynamik. Wir haben ja heute einen bedeckten Himmel. Ich schwenke da mal hoch und dann sieht man schon auf den Displays, dass, ja, gut, eigentlich kein verwunderter Fakt, dass der Pocket 3 besser ist wie der Pocket 2 und der Pocket 2 besser ist wie der Pocket 1. Okay, gehen wir mal weiter. So, ich versuche, um mal ungefähr denselben Ausschnitt zu haben. Aber die Gimbal sind natürlich unterschiedlich in ihrer, in ihrer, sage ich jetzt mal, Einstellung, in ihrem Feedback. Ich könnte jetzt mal, ich fange jetzt mal ganz locker an zu laufen. Ich mache mal so eine Art Jogging. Jogge jetzt mal ein bisschen hier runter. Und, ja, ihr könnt euch eine Meinung darüber bilden, welches besser ist. Ich werde das am Ende des Tages einmal auch groß einblenden oder vielleicht auch mal mit einem geteilten Bildschirm. Wobei man ja, wenn man alle drei auf dem Bildschirm sieht, dann wird es natürlich langsam, wird es natürlich eng. Aber ich kann das versuchen, zumindest zu dritteln. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, wir sind beim Pocket 2, bei dem Pocket 3 mit einem, mit dem Funkmikrofon unterwegs. Und da bin ich ja mal gespannt, denn ich habe ja schon bei meinem Out-of-the-Box-Vlog von dem Pocket 3 gesagt, dass die Soundqualität des Pocket 2 mir so out-of-box sogar ein bisschen besser gefallen hat. Ich glaube, da hat DJI vielleicht ein kleines Problem mit dem Bluetooth. Es gab allerdings jetzt ein Update für den Pocket 3 und ich bin mal gespannt, wie das nach dem Update Out-of-the-Box aussieht und sich anhört. Ich spreche einfach mal einen Satz oder ich spreche einfach, ich rede einfach so ein bisschen über die Geschichte des Pockets. Wie gesagt, der Pocket 1, der mich da jetzt gerade filmt, war eine revolutionäre Sache und war auch immer eine meiner Lieblingskameras. Und ich fand natürlich auch die Größe des Pocket 1 sehr, sehr interessant. Also das war schon super. Und ja, dann der Pocket 2 war sozusagen mein YouTube-Studio on the go. Wenn ich irgendwelche Drohnen-Videos gemacht habe, muss man ganz klar sagen, habe ich sehr, sehr genossen. Allerdings habe ich dann doch immer mal zur Systemkamera gegriffen, um jetzt ein bisschen bessere Qualität, auch so ein bisschen Freistellung im Hintergrund zu haben. Und da muss man jetzt ganz klar sagen, ich kann mittlerweile fast alle, ich könnte mittlerweile fast alle Videos mit dem Pocket 3 machen, den wir jetzt hier eingeblendet haben, der Freistellung hat, der einen super Sensor hat, der eine super Bildqualität hat und der wirklich mittlerweile das YouTube-Studio to go ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon immer gesagt, wenn mir mein Pocket kaputt geht, dann kaufe ich mir sofort einen neuen. Und ich bin also wirklich heilfroh, dass ich mir den Dreier zugelegt habe und den hier auch vor Ort habe und damit sehr, sehr viel abdecken kann. Man kann mit Action-Cams vloggen, klar, man kann mit Action-Cams auch Videos machen mit dem Smartphone, aber man kann nicht wirklich, sage ich jetzt mal, sagen wir mal so einen normalen Look erzielen. Das ist halt mit Action-Cams, weil die einen weiten Winkel haben, nicht möglich. Und mit Smartphone schon eher, aber dann sieht es immer noch so ein bisschen Smartphone-wästig aus. Apropos Smartphone, ich könnte das mal gerade hier so ein bisschen abfilmen, damit ich auch ein bisschen B-Roll habe, damit ihr auch mal so ein bisschen den Aufbau habt, wie ich hier jetzt die Pocket angeordnet habe. So sieht das im Moment aus und dann könnt ihr mal schauen, wie ich die drei da gemountet habe, was ja gar nicht so einfach ist, da der Pocket 1 hier unten eigentlich keine Möglichkeit hat, das Ding irgendwo festzuschrauben. Das war ja am Anfang, ich glaube, ein ganz großer Fehler von DJI, den sie da designtechnisch gemacht haben. Aber da gibt es natürlich dann jede Menge Zubehör, Klemmen und so weiter. Gut, iPhone legen wir mal wieder weg und wir schalten jetzt mal ins nächste Szenario, in 4K60. So, 4K60 ohne Gesichtserkennung. Einfach bei allen 4K60 eingestellt und eine Armlänge voraus. Und dann könnt ihr mal sehen, wie der Unterschied ist. Pocket 1 hat schon bei der Batterieanzeige, sagen wir mal, die größten Probleme. Pocket 2 ist kurz dahinter und beim Pocket 3, ja, da ist halt noch jede Menge Luft. Und das ist natürlich auch der Größe ein bisschen geschuldet, dass der Pocket 3 dann auch besser ist. Und da habe ich wirklich nie die Probleme jetzt gehabt, in der ganzen Zeit hier in Washington, dass ich Out of Battery gelaufen bin. So, ich drehe euch aber jetzt mal. Und dann machen wir das Ganze mal im 4K60-Modus und mit ganz normalem, schnellem Gang. Und dann laufen wir mal hier durch die Wallachai. Und ihr könnt euch ein kleines Bild machen, wie das funktioniert. Oder wie die, so als Vergleich. So, da kommt jemand mit einem Hund. Den nehmen wir direkt mal mit. Ja, hier geht es über Stock und Stein. Hier runter, das ist sozusagen bei mir direkt in die Ecke vom Haus, ist da wirklich so eine Art, so ein kleiner Park oder so eine Schlucht mit so einem kleinen Bach oder so. Und da kann man richtig gut, da kann man richtig gute Tests machen. Ich werde jetzt allerdings auch mal wieder ins Wohngebiet gehen. Jetzt drehe ich mich nochmal. Ja, und hier sind wir auf dem Sportsfield. Und da könnt ihr einfach nochmal ein bisschen so auch die Dynamik sehen, so im Gegenlicht, wenn ich mich drehe. Guck mal. So, da hinten sieht man die Wolken schön. Beim Pocket 1 fast gar nichts, beim Pocket 2 ein bisschen und beim Pocket 3 richtig gut. Und wenn ich mich jetzt hier, wenn ich das teile, ich werde jetzt gerade getrackt, wenn ich das Ding jetzt auf dem Boden stelle. Hier, oder warte mal, da gehen wir hinten hin. Wenn ich das dann irgendwo so auf eine Bank stelle. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Tracking funktioniert. Hier, ich glaube da zwei, alle haben mich noch. Der Ton kommt jetzt mal vom Mikro hier. So, und da stelle ich mich mal ab. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ich habe mich ja jetzt rumgedreht. Und was ist das hier für ein Teil? Alter Schwede. Okay, das ist kaputt. Dann gehen wir mal hier hin. Also ich sehe, dass der 1er mich nicht mehr trägt, oder? Trägt er mich noch? 2er, aber der 3er trägt mich noch. Das ist natürlich blöd. Aber was willst du auch machen? So, Leute. Das muss Tracking mal wieder einschalten beim 1er und Tracking mal wieder einschalten beim 2er. Das muss reichen. Aber wie gesagt, bei gutem Licht, bei guter Beleuchtung. So, wenn ich mich jetzt so drehe, dann sind wir ja ganz gut belichtet. Aber das sieht man auch wieder im Hintergrund. Da denke ich mal, dass man den 1er noch als B-Roll-Kamera nehmen kann. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, der 3er setzt Maßstäbe. Und auch der 2er ist gefühlt besser, viel besser als der 1er. Also wenn einer vielleicht ein Schnäppchen machen möchte, dann tut es auch noch der 2er, weil ja auch ein Funkmikrofon dabei ist. Aber den 1er würde ich jetzt nicht mehr für viel Geld kaufen, für ein bisschen Geld so. Aber wie gesagt, der Akku ist jetzt gleich leer. Der ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Da muss man dann wieder dran rumfummeln. Man kann den Akku tauschen. Aber ja, wie auch immer, ich labere wieder zu viel. Ja, ihr konntet euch jetzt mal so ein kleines Bild machen, ein kleines Vergleichsbild machen. Und da muss man ganz klar sagen, es ist ja logisch, wenn ein Produkt 3 Jahre später weiterentwickelt wird und danach wieder 3 Jahre später weiterentwickelt wird, dann muss es ja eine Qualitätsverbesserung geben. Ich sage jetzt mal, bei den Aufnahmen, die bei richtig hellem Licht gemacht sind, fällt der Unterschied nicht ganz so auf. Aber auch da sieht man den Unterschied natürlich zwischen Pocket 1, Pocket 2 und Pocket 3. Und zwar in der Dynamik. Wenn man zum Beispiel Gegenlicht filmt oder so, wenn man sein Gesicht Gegenlicht filmt, dann hat man viel, viel mehr Highlights bei dem Pocket 3 oder bei dem Pocket 2 ein bisschen weniger. Oder bei dem Pocket 1 schneidet er am schlechtesten ab. Und das zieht sich im Grunde genommen durch den ganzen Vergleich. Ich würde sogar sagen, dass der Ton des Pocket 2 mit dem Mic ein bisschen besser war wie der Pocket 3. Aber okay, das müsste man noch mal so ein bisschen genauer beleuchten. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video zu. Und dann kommen wir jetzt mal zu der Königsdisziplin bei allen, sage ich mal, kleinen Kameras, Smartphones und Actioncams. Das ist die Lowlight Performance. Und dafür war ich für euch noch gar nicht so lange her. Vorgestern hier in Georgetown unten an der Waterfront mal gewesen und bin ein bisschen durch Georgetown gelaufen. Habe aber jetzt nicht ganz so viel gefilmt wie tagsüber. Aber auch hier könnt ihr euch gerne mal jetzt einen kleinen Eindruck verschaffen. So, wir fangen mal mit dem Lowlight Vergleich an. Und zwar jetzt so im Twilight. Die goldene Stunde ist so gerade rum. Die Sonne ist untergegangen. Ich gehe hier über den Chesapeake Kanal hier in Georgetown. Und ja, alles ist auf Auto gestellt bei den Pockets sozusagen. Keine Gesichtsverfolgung. Obwohl, doch, der Pocket 3 verfolgt mich. Dann machen wir die Gesichtsverfolgung mal ein. So, der Pocket. So, Gesichtsverfolgung bei allen Dreien an. Geht jetzt noch, weil wir haben noch ein bisschen Licht. Wir gehen unten an die Waterfront und schauen uns mal, ja, schauen uns mal die Lowlight Performance an. Hier wird es auch schon ein bisschen dunkler. Ihr habt jetzt zwar Gegenlicht im Hintergrund, aber hier unten ist schon so ein bisschen schummerisches Licht. Und die Pockets stehen alle auf Automatik. Der Ton kommt übrigens vom Pocket 3, weil ich den mit dem Mikro verbunden habe. Den Ton haben wir ja schon abgearbeitet. Und wenn wir jetzt hier die Treppen runtergehen, dann drehe ich euch auch mal. So, alle drei laufen jetzt wieder in der Front an sich. Wir gehen auch hier jetzt schon so ein bisschen, ihr seht schon, hier ist schon so eine Laterne an. Und was ich jetzt hier schon so sehe, ist ja auch eine ganz klare Geschichte, eine Evolution, die stattgefunden hat. Pocket 1 ist nicht so gut wie der Pocket 2 und der Pocket 2 ist nicht so gut wie der Pocket 3. Also das ist halt einfach so. Und wir gehen jetzt auch hier unter so einer Brücke durch. Wie gesagt, wir sind im Automatikmodus bei 4K30. Und dann seht ihr einfach mal, was der Pocket 3, wenn ich jetzt mal hier rüber schwenke, das ist jetzt alles auf Automatik, keine ISO-Begrenzung. Beziehungsweise die ISO ist, glaube ich, auf 800 bei dem Pocket 2 und bei dem Pocket 3 begrenzt. Und bei dem Pocket 1 kann ich im Automatikmodus gar keine ISO-Begrenzung machen. Das heißt, ich muss das gleich manuell einstellen. Wir gehen jetzt mal unten an die Waterfront. Und dann hören wir uns noch mal wieder. So, jetzt sind wir auf manuell. 4K30, eine Sechzigstel Belichtung, sozusagen die 180-Grad-Regel. Und alle drei Pockets mit einer ISO-Begrenzung bis 800. Das heißt, jetzt kann man mal vergleichen, wie die Performance ist bei gleicher ISO 800. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der Pocket 3 überhaupt ISO 800 braucht jetzt im Moment. Ich gehe jetzt einfach mal hier an der Waterfront vorbei. Das Gesichtstracking funktioniert in der Tat noch bei dem Pocket 1 und bei allen anderen auch. Es ist aber auch noch nicht komplett dunkel. Vielleicht, wenn ich hier mal so in so eine Nebengasse reingehe, mit auch Licht von hinten so ein bisschen, sozusagen das Restlicht vom Park. Wenn ich jetzt hier einfach so rüber laufe und hier wird es jetzt dunkel und dann sieht man wieder die Unterschiede. Pocket 1 am schlechtesten, Pocket 2 am zweitschlechtesten und Pocket 3 macht das schon richtig gut. Also, muss man sagen. Ich drehe euch jetzt noch mal, laufe noch mal an der Georgetown Waterfront vorbei und dann nachher noch mal oben in Georgetown, wenn es so blau, wenn es richtig dunkel geworden ist. Ich drehe euch jetzt noch mal, laufe noch mal. Ich drehe euch jetzt noch mal, laufe noch mal. Ich drehe euch jetzt noch mal, laufe noch mal. Ich drehe euch jetzt noch mal. Ich drehe euch jetzt noch mal, laufe noch mal. So, wie gesagt, der Pocket 1, der kann mich jetzt kaum noch tracken. Jetzt ist es auch dunkel, blaue Stunde ist so langsam vorbei. Ich gehe durch Georgetown, natürlich mit Straßenbeleuchtung und da sieht man mal, wie überlegend der Pocket 3 ist. Das sieht richtig gut aus. Wenn ich natürlich jetzt hier an so einem Teil hier vorbeigehe, okay, dann gedreckt mich schon gar nicht mehr. So, jetzt hat der Gesichtsverfolgerung der 1er wieder an, aber das ist einfach jetzt fast zu dunkel für den. Ja, warum mache ich überhaupt so einen Vergleich? Weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich alle drei habe und weil ich einfach die Entwicklung faszinierend finde von Pocket 1 bis zum Pocket 3. Und ich freue mich jetzt schon auf den Pocket 4. Ja, ich würde sagen, das ist natürlich immer eine Disziplin, wo die Unterschiede dann noch deutlicher werden. Und da muss man ganz klar sagen, ein 1-Zoll-Sensor ist halt ein 1-Zoll-Sensor. Und ein etwas größerer Sensor ist immer besser in der Lowlight. Das kann man bis zu einem gewissen Grad mit ISO-Ausgleich. Und wie gesagt, ich habe da gesehen, ich habe da dann nachher auch alles manuell mal eingestellt. Ein 60. ISO 800 begrenzt. Wenn man ein bisschen Licht hat, dann kann man mit dem Pocket 1 sogar einigermaßen rauschfrei arbeiten, aber doch nicht wirklich als Competitor zu dem Pocket 3. Also hat der Pocket 3 auch gegenüber dem Pocket 2 einen riesen Sprung gemacht. Und am Ende des Tages ist es halt so, wie es ist. Und das neueste Produkt ist auch das beste Produkt. So einfach ist es. Aber muss man immer das neueste Produkt haben, um gute Videos zu machen. Dazu kommen wir dann im Fazit jetzt. Ja, kommen wir mal zum Conclusion, zum Fazit. Ja, es hat mir wieder riesen Spaß gemacht, ein Video, ein Vergleichsvideo zu machen. Ich mache ganz gerne Vergleichsvideos. Es ist zwar viel, viel Arbeit, aber hier hatte ich halt die Möglichkeit, weil ich einfach alle drei Generationen der Pockets besitze. Und auch mit ihnen extrem viel gefilmt habe. Ihr wisst, ich mache gerne Reviews über Sachen, die ich natürlich auch selber nutze. Und hier ist es nun mal so. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz über die Revolution und die Evolution reden. Der Pocket 1 war eine Revolution, weil es sowas in dem Sinne noch nicht gab. Und danach ging dann die Evolution los über den Pocket 2 und den Pocket 3. Mit dem Pocket 1, was kann man, oder gebe ich die Sache mal so an. Würde es noch Sinn machen, ein Pocket 1 zu kaufen? Boah, ich weiß nicht. Denn die Batterie war doch schon auch jetzt hier in dem Test, ging die extrem schnell leer. Ich weiß nicht. Wenn man so ein Ding vielleicht ganz günstig schießt, dann kann man natürlich mit dem Pocket 1 tagsüber bei gutem Wetter noch richtig gute Aufnahmen machen. Und ein Vorteil hat der Pocket 1 gegenüber den anderen zwei Pockets, die 26 Millimeter Linse. Denn man kann ja auch ein Pocket 1 und ein Pocket 2 kombinieren und mit den 26 Millimetern die etwas cinematischeren Sachen filmen und mit den 20 Millimetern die Sachen hier zum Vloggen oder so machen. Das könnte man machen. Ich würde da nicht allzu viel Geld für ausgeben. Ich weiß nicht, wie die gehandelt werden. Kann ich euch nicht sagen. Aber am Ende vom Tag kann man damit natürlich immer noch gute Videos machen. Also damit macht man keine schlechten Videos. Man hat halt so ein paar Probleme mit dem Mikrofon und das Ding irgendwo befestigen und so weiter und Adaptern und Powerbank mitschleppen und so ein Kram. Viel anders sieht es mit dem Pocket 2 jetzt aber aus. Denn der Pocket 2 ist immer noch ein super Gerät, ein super Videostudio für die Hosentasche. Speziell mit dem Mikrofon hier, das dabei ist. Und das Ding kann man kaufen. Und wenn man jetzt eins günstig abgreift, gebraucht, dann sollte man sich aber mal von der Akkulaufzeit überzeugen, dass es nicht ganz so übel ist. Denn auch da ist der Akku nicht gerade der Star. Aber da kann man natürlich sich auch behelfen mit Powerbanks oder Powersticks. Da gibt es sogar Sticks, wo man das Ding draufpacken kann. Und damit seid ihr noch richtig gut unterwegs. Und ich glaube, ihr braucht auch für die nächsten ein, zwei Jahre bräuchte ihr keinen anderen. Wollt ihr allerdings mehr haben, wollt ihr ein bisschen dieses Step-of-Field haben, wollt ihr ein bisschen mehr Akkulaufzeit haben, wollt ihr besonders dieses große Display haben, 4K, 120 und 10 Bit und der ganze Kram. Na ja, dann ist der Pocket 3 schon ein echt geiles Teil. Und ich habe das Ding ja jetzt wirklich in den letzten Videos jetzt auch hier in den USA sehr, 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 sehr häufig eingesetzt. Es ist keine Actioncam. Alles dreien sind keine Actioncam. Wenn ich Leute fragen, vergleich die doch bitte mal mit den Actioncams. Ja, das kann man natürlich machen mit dem Bild und dann kommt der Pocket 3 wahrscheinlich immer besser raus. Aber Leute, das Ding fällt runter, es ist sofort kaputt. Das Ding fällt in den Sand, es ist sofort kaputt. Da regnet es richtig drauf und das Ding ist kaputt. Und das passiert euch mit der Actioncam nicht. Ihr habt natürlich hier viel, viel, ihr habt diese analoge Stabilisierung. Das ist alles viel anders wie bei der Actioncam. Aber ihr müsst euch vorher im Klaren sein, wofür ihr die Kamera braucht. Braucht ihr sie für den Familienurlaub am Strand oder so oder halt auf dem Mountainbike, sage ich jetzt mal, beim Snowboarden oder beim Skifahren oder beim Paragliden oder beim Surfen, dann, Leute, es müsst ihr eine Actioncam haben. Dann könnt ihr mit sowas nicht arbeiten. Aber braucht ihr das Teil als Content Creator, als Vlogger, als Familienkamera, vielleicht als zweite Familienkamera, die nicht direkt irgendwo in den Dreck fällt, als Dokumentation, als Selbstfilmgerät bei irgendwelchen Videos, als und, und, und. Dann seid ihr mit dem Pocket, mit der Pocket-Familie bestens aufgehoben. Ja, abschließend zu diesem Video gesagt, ich will es auch nicht zu lange werden lassen, sind die Pockets schon eine richtig geile Erfindung. Und ich bin mit dem Pocket 3 auch sehr, sehr zufrieden. Da wird es von mir auf jeden Fall ein Video geben, nachdem ich aus Deutschland zurück bin. So ein Halbjahres-Fazit. Und dann werden wir uns auch mal über ein paar Tipps und Tricks mit dem Pocket 3, die ich persönlich empfehlen kann, unterhalten. Und was würde ich mir denn für einen Pocket 4 wünschen? Nun, das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich hoffe, dass dieser Mechanismus hier, dieser Aufklappmechanismus hält, dass er stabil ist. Wenn sich das nicht bewahrheitet, wäre es schlecht. Ich persönlich mache zum Beispiel schon immer, wenn ich jetzt viel filme, dann schalte ich den Pocket so aus und lasse ihn einfach in der Sache hier stehen, wenn ich ihn in der Hand habe, um nicht ständig so viele Auf- und Zuklappmechanismen zu generieren, weil ich kann ja dann auch einfach mit einem Klick hier einfach wieder das Ding einschalten und weiter schalten. Und wenn ich jetzt hier das Ding zumache, dann mache ich auch nicht Bang, sondern dann mache ich das Ding hier so ganz langsam zu. Genauso, wie ich das Teil hier aus der Verpackung ganz vorsichtig rausziehe und nicht an der Seite hier so zudrücke. Das ist vielleicht direkt mal ein Tipp, den ich euch geben kann. Dehnt mal eure Hülle so ein bisschen. Dehnt die so ein bisschen, damit der Pocket da vielleicht ein bisschen leichter rausgeht. Denn wenn es eher zudrückt, dann kann es sein, dass das Display hängen bleibt und klack, ist es kaputt. Ja, aber was würde ich mir wünschen für die Zukunft? Natürlich einen besseren Akku, wie immer. Und was würde ich mir wünschen? Wie geil wäre das denn, wenn der Pocket 4 eine Optik der DJI Air 3 hätte? Einmal mit der 20mm Linse und dann eine 70mm Linse. Mein Gott. Oder vielleicht was dazwischen. Oder vielleicht drei Linsen. Das wäre doch sensationell. Das darf dann auch wieder noch ein bisschen größer werden. Und das wäre ja möglich. Sagen wir mal von der, dann wäre das ungefähr so groß. So groß hier oben die Linse. Vielleicht kriegt man es auch kleiner hin. Und das untere Teil ein kleines bisschen größer. Das liegt dann auch noch ein bisschen besser an der Hand. Ich muss zum Beispiel immer hier unten noch dieses Teil dran machen hier, damit ich das unten auch auf ein Stativ drauf machen kann. Und so finde ich es dann eigentlich sowieso schon viel handlicher. Aber so geht es halt nicht in die Tasche rein. Und dann, DJI, tut mir einen Gefallen. Die Tasche darf ein bisschen größer sein, damit ich die Sachen auch hier einigermaßen unkompliziert reinkriege. Und nicht, wenn ich es zumache, dass das DJI-Mic sich immer einschaltet. Und naja, also wie gesagt, ein bisschen mehr Platz. Darf dann auch ein bisschen größer sein. Aber auch nur ein bisschen. Ja, das wäre es am Ende des Tages mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen nostalgisch auf die Pockets hier zu schauen. Pocket 1 verbinde ich sehr viele interessante Videos mit. Pocket 2 auch. Vor allen Dingen New York. Und Pocket 3 natürlich jetzt Washington. Und die kommenden drei Jahre vermutlich, bis der nächste Pocket 4 rauskommt. Also, Leute, macht's gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Teilt den Kanal. Leute, ihr wisst, ich habe die Kanalmitgliedschaft aktiviert. Ihr könnt über einen Paypal-Link was für den Kanal da lassen, wenn ihr das ein bisschen unterstützen wollt. Die Videos, die kosten teilweise Geld. Alles selbst gekauft. Und kosten viel Arbeit. Machen allerdings auch Spaß. Ich würde es auch ohne Geld machen. Aber es wäre natürlich schön, wenn ich da so ein bisschen was reinkriegen würde, was ich dann auch wieder in den Kanal reinvestieren kann. Und sei es nur in meinen Steuerberater. Das ist so eine Sache. Und bei der Kanalmitgliedschaft ist es halt so, wenn ich irgendwann mal, wenn ich hier aus den USA zurückkomme, so eine Art Workshop mit der Drohne mache oder vielleicht so ein Vlogging-Workshop oder ein Foto-Workshop, dann dürfen die Kanalmitglieder als erstes das buchen. Das habe ich vor. Das soll jetzt nicht so professionell werden. Das wird eher familiär und im engeren Rahmen. Aber ich habe mir gedacht, so mit zehn Leuten vielleicht mal Drohne fliegen oder so. Mit zehn Leuten mal wandern gehen, mal so ein Vlogging machen, mal so was essen oder so. Das wäre ganz cool. Und dann haben die Kanalmitglieder natürlich das Vorbruchsrecht. Das ist das Einzige, was die Kanalmitglieder als Vorteil haben. Und natürlich den Vorteil, dass sie mich automatisch monatlich unterstützen, auch wenn YouTube da einen Teil von abbekommt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass YouTube die gesamte Infrastruktur für YouTube zur Verfügung und das ist ein Haufen Geld und die müssen halt irgendwie Geld verdienen, weil sonst würde YouTube sterben. Also Leute, macht's gut, haut rein und tschüss. Der Fränke fliegt jetzt auf Familienheimflug, nennt sich das, für eine Woche. Und mal gucken, wenn das Video hier online geht, vielleicht mehr Zeit, wenn ich in Deutschland bin. Wir sehen uns dann wieder in einem der nächsten Videos. Macht's gut, haut rein und tschüss. Vielen Dank.